Berlin, Tag-Nacht-Star Katharina Koch, verliebt in Kollegen Vor der Kamera hatten sie noch gar nicht so viele Berührungspunkte, hinter der Kamera dafür umso mehr, Katharina Koch und James Jennings sind ein Paar. Sweet News von den Berlin-Tag-Nacht-Kollegen, sie spielt die gutmütige Toni mit mittelschwerem Helfer-Syndrom. Er gibt seit ein paar Wochen den coolen Musikproduzenten Maurice Erzimo. In der RTL 2-Sub waren sie bislang nur zusammenzusehen, weil ihr Ex-Freund, Conor, bei ihm angeheuert hat. Eine gemeinsame Story gab es noch nicht. Abseits der Kamera ging die Geschichte zwischen ihnen aber offensichtlich weiter. BTN Liebes News, mal nicht von Drehbuchautorin erdacht. Schon vor ein paar Wochen kam das Gerücht von einer heimlichen Liebschaft auf, wobei die genau genommen alles andere als geheim war. Die zwei Darsteller machten sich nämlich einen Spaß daraus, Kuschel-Stories kommentarlos bei Instagram zu posten. Was da zwischen ihnen läuft, behielten sie vorerst für sich. Bis jetzt. Katharina Koch und BTN-Kollege James Jennings haben ihre Beziehung offiziell gemacht, sich gegenseitig in ihren Instagram-Bios mit Namen und Herzsymbol verewigt. Außerdem teilte die Soap-Darstellerin zwei süße Pärchenbilder in Kuschel- und Knutschpose beim Deutschlandspiel, darunter steht. Hier seht ihr die Knalltüte, der mein Herz gehört. Und auch auf seinem Profil findet sich der Fotoliebesbeweis, Jennings schreibt. Deutschland hat verloren, aber ich habe trotzdem gewonnen. Die Knalltüte zumitteln, der piegel ist eine File.